In diesem Kanal sehen Sie eine Reihe von Mini-Vorlesungen zu wissenschaftlichen Themen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Thermodynamik. Diese Lecture Bytes sind aus meiner Erfahrung entstanden, dass traditioneller Frontalunterricht den individuellen Lerngeschwindigkeiten der Studierenden nicht gerecht wird. Sehen Sie die Lecture Bytes als Hausaufgabe an. Betrachten Sie sie als Vorbereitung auf die Präsenzlehrveranstaltung. Die Lecture Bytes beinhalten eine Menge Informationen, aber es ist nicht notwendig, dass Sie beim ersten Mal alles verstehen. Sie sollten aber in der Lage sein, Fragen zu formulieren über das, was Sie nicht verstehen. Später können Sie Lecture Bytes als Referenz oder zur Klausurvorbereitung benutzen.